Was geht ab, Freunde? Wir machen heute einen Wettbewerb auf den Drittkanal. Dankeschön für 100.000 auf den Drittkanal, wirklich W an euch. Wir haben jetzt auf allen drei Kanälen, wobei wir haben noch einen vierten Ahmet-Logo-Clips, aber auf den ersten drei Kanälen alle über 100.000 Abonnenten. Verrückt, ehrlich, verrückt, ehrlich. Vor zwei Jahren hätte ich mir das niemals ausmachen können, da hatte ich gar keine Abonnenten. Auf keinen Kanal. Heute kommt ein Freestyle-Rap-Battle mit Zuschauern. Der, der am lustigsten rappt, steht von mir am Ende 20 Euro. Immer zu diesem Beat hier. Ey, du siehst aus wie ein richtiger Hans. Deine Ma lutscht gerne. So zum Beispiel. Los geht's. Hallo? Hallo? Ja. Bist du ready? Warte. Ja. Du bist bestimmt ready geboren, oder? Ja. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Okay, ähm... Warte kurz, warte kurz. Bist du im Beat drinnen? Ja. Okay, let's go. Ah, du gehst in den Kindergarten, fickst keine Kinder, Mann. Du bist ein kleiner Schwanz, Mann. Ja, ich fick dir deine Kindergarten-Ernärung, Mann. Was? Sie ist so... Oh, Mann. Ja, Mann. Was soll ich sagen, Mann? Ficke deine Mutter an den Arsch, Mann. Ja. Okay. Ja, ich geh zu Poco und da sind keine Kinder, Mann. Bruder, und so viele kleine Kinder, Dicker. Du hast gesagt, das ist was, Mann. Ja. In der Schule sind kleine Männchen, Mann. Das Haut-Doch wird reingesteckt, Mann. Was soll ich jetzt noch sagen, Mann? Na, Bruder, der wird gekickt. Na, Bruder, warum kamen so oft kleine Kinder rein, Dicker? Warum kamen so oft kleine Kind... Bruder, der hat so oft kleine Kinder benutzt, Bruder. Das war schon ein bisschen... Ach, ich hab Angst bekommen. Sag ich ehrlich, ich hab Angst bekommen. Getroff, Dicker. Okay. Boah, hat keinen abgecheckt, sehr gut. Hallo? 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 Bist du ready, Bruder, für deinen Freestyle? Wie heißt du? Äh, ich heiße Tufan. Okay, yalla, gib ihm Tufan. Bruder, ich liebe dich. Du musst in diese Übertragung, okay? Ich lieb dich auch. Bruder, danke. Kannst du auch in deinen Song einbauen, yalla, gib ihm. Warte. Hey, Mann, bist du bereit? Hm? Warte, okay, jetzt. Dein Vater sieht aus wie ein Arsch. Ja. Und deine Mutter, die nennt mich Barst. Und deine Mutter, die trinkt Kakao. Und warum Kakao? Weil ich bin black wie dein Vater. Und warum wird dein Vater, weil er trinkt, Arsch. Was ist das für eine Lache? Was war das für eine Lache? Mein Gewicht. Okay, okay, nochmal. Okay, okay, run it back, Bruder, run it back. Das hat sich aber gar nicht gerein, Bruder. Ah. Okay, nochmal, let's go. Okay. Ja. Okay. Was ist das für eine Lache, Bruder? Was ist das denn? Was ist das für eine Lache? Der hustet einfach ein Mikrofon rein. Okay, okay. Lass mich zu mir kommen, okay? Ja. Okay? Ich liebe dich so sehr, deswegen. Ich bin so aufgeregt. Okay, Gibi, bist du ready? Ja, komm jetzt. Nochmal. Gibi. Ja. Du siehst aus wie ein... Du bist aus wie ein... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ich... 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 Bist du in der Übertragung drin? Warte, soll ich auf Streammannschaft umgehen oder soll ich einfach so drinnen bleiben? Nee, du musst einfach nur diesen Stream... Nein, diesen Stream in Discord. Kann ich kurz den Bild abmachen, damit ich ihn kurz hören kann? Also ich hab... Check's schon ein. Na, ich schwöre nix. Du musst ja auch in den Stream reingehen, in Discord, Bruder. Das meine ich, das ist okay, easy, easy. Sag, wann du drin bist. Ich bin drinnen. Ey. 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 Ja. Ey, chillen, brü... Ja, mach wieder von vorne, ey. Ja, es geht weiter, es geht weiter, ganz schön. Alles gut, jetzt mach gleich hin. Ey, chillen mit dem Brüß, wir sind immer zu viert. Ein schwarzer Mann kommt wieder in mir. Ey, mein Schwarz macht wieder Schlag. Was? Chill, chill, chill. So wie der Mann, Harry Potter. Ah, ja? Ja? Wichtig. Oh, Schnodder. Ey, Puppel ist schon grün. Okay. Ey, grün und neun, chill. Chill. Okay, okay. Ey, mein Arsch ist wieder wund. Weißt du warum? Warum? Ey, ey, alle Buntstifte, alle sind sehr bunt. Okay? In mein Arschloch. Okay. 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 Ey, 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 ey. Ey, ey. Schlaf zu beiden Brüß, schlaf zuerst ein. Wache auf mein Arsch, tut weh, ich muss jetzt weinen. Ey, einer hatte da hingeschoben. Ey, alle Nigger sind so abgehoben. Chill, 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 chill. Ja, chill, chill, chill. Chill. Ey. Chill, 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 chill. 24. Okay. Ey, 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 ey. Bitte mir ein, mit einem Bein. Bin am weinen. Ja? Kann nicht weinen. Ah. Ey. Alles ist so traurig. Ah. Arsch auf mein Gesicht. Nein, das ist nicht eklig. Ja? Chill. Chill. Ey. 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 Schwarzer Rambo. Du weißt, wo ich komm. Ja. Ich komm in dein Mund. Ey. Fick dir gerne mein Mund. Yeah. Ey. Okay. Okay, ich bin fertig. Fertig. Okay, okay, ja. Ich muss sagen, Bruder. Ich, Bruder, ich chille. Du hattest den ganzen Tag, ich chille, ich chille. Aber war gut. War gut. Ja, Bruder, das war bisher der Beste, muss ich sagen. Ey, easy. Guck mal, mein Outfall. Das regelt. Check so. Hey, du bist schwarz, ne? Ja, ja. Bruder, war wichtig, Bruder. Wir mussten kurz nen Checkup machen, Bruder. Checkup, checkup, checkup. Für den Pass, für den Pass. Alles sicher. Alles sicher. Du musst drinnen bleiben. Für den Zwanni. Ach so, okay. Ich lasse dich unten, aber du bist alleine. Yallah. Ja, easy. Okay. Oh nein, Güney, Digga. Yeah. Hallo, Helmet Lock. Güney, bitte scheiß nicht rein, okay? Ich... Bruder, ich... Bruder, du bist so ein Goofy, Digga. Ich kann... Okay. Versuch, den... Versuch, den... Versuch, den... Versuch, den... Versuch, den Takt zu treppen, okay, Güney? Hör auf, mir Tipp zu geben, okay? Okay. Okay, ja, dann gib ihn. Okay. Sensei, Güney, und der Mic, okay, okay, okay. Okay. Ich ficke deine Mutter. Ey! Okay. Lutsche an, schwänzen. Ja, ich bin gay! Hey! Hamed würde Spitz Kock saken. Mhm. Und dazu... Eine Frau klatschen. Mir fällt nicht mehr viel ein. Okay. Aber ich weiß, Männer sind geil. Ha-Hamed Loco ist gay. Okay, yeah. Ein Schwarzer kommt in mir, yeah. Man könnte denken, Oreo, yeah. Ja, ich ficke nicht nur Tiere, sondern auch männliche Tiere. Okay, mach stopp, mach stopp. Das ist was. Du ficke ich nur Tiere? Ich auch männliche Tiere. Na, Bruder, das ist das. Respektlos. Das ist respektlos. Bruder, Tiere? Tiere? Das ist nicht mehr Sas, Bruder. Das ist Polizei Knast. Das ist nicht Sas, das ist Knast. Knast-Chant. Das war straight Knast. Oh mein Gott, Tiere? Oh mein Gott, bitte. Was ist das? Oh mein Gott. Hallo, Hamed. Oh mein Gott. Ja? Das macht mich gut. Ja, warte mal. Bist du ready? Ja, okay. Mach. Ich kann warten. Du bist bestimmt ready geboren, ne? Ja, natürlich. Vor drei Jahren. Okay, ja, dann gib mir. Vor zwei Minuten. Bist du ready? Ja, mach an. Ich schreibe deine Chaya und die sagt NIE. Ich schreibe ihr A und sie sagt NIE. Ich schreibe ihr Lass rausgehen und die schreit NIE. Warum nicht? Okay, Wado? Jo, jo. Hört man mich gut? Ja. Hört man mich gut? Mhm. Ah, okay. Bist du ready? Ja, ich bin ready. Okay, gib mir. Nein, nein, du musst in den Discord-Stream kommen, Bruder. Ja, warte kurz. Nicht in den Stream. Den Stream musst du ausmachen und den Discord-Stream beigen. Ah, okay. Warte, hör ich das? Ich hab noch nicht abgespielt. Geh erstmal rein. Ah, okay. Okay, ich bin ready. Ich bin drin. Okay. Will der Bo nicht seine Fresse halten? Muss ich wohl seine Backen spalten? Ey, ey. Ja. Meine Arschhaare kriegst du auch to go. Denn ich ficke meinen Bro. Warum ist Mus-Di so klein? Okay. Ich steck mir sein drittes Bein rein. Was? Ey, ja. Ey. Ich esse kein Schwein, aber Hamed ist geil. Okay. Nice. Gabi. Ey. Ich schlafe mit einem Kissen. Und dann gib ich's mir von hinten. Oh mein Gott. Meine Schuhe haben fetten Glanz. Okay. Ich denke nur an deinen Schwanz. Oh mein Gott, Bro. Ey. Ich stecke mir Gurken in die Gelenke. Weil ich nebenbei an deinen Monster-Cock denke. Ich spiele mit dem Ball wie ein Brasilianer. Danach ficke ich deinen Bro Abdallah. Ja, ey. Jo, warum schießt er gegen Abdallah? Gana ist keine Snitch. Doch. Aber Hamed ist eine Big Booty Bitch. Ja, okay. Das war's. Ja, Bruder. Warum gehst du auf Abdallah außerdem nicht? Bitte. Bruder, auf den. Er hat was geklaut. Hat er was geklaut bei dir? Ja, er hat geklaut. Ja, er hat geklaut. Was sagst du? Was redest du? Was hat er geklaut? Bei dir hat er was geklaut. Woher? Weißt du? Von Wono, er hat mir gesagt, Bruder. Laber keinen Scheiß jetzt. Ehrlich? Was hat er geklaut? Bruder, musst du ihn selber fragen. Nein, sag mal. Aber ich sag nur, der hat was Krasses geklaut auf dem. Hä? Ehrlich jetzt? Hat er was geklaut? Ehrlich, der hat was geklaut. Hä? Bro hat mein Tim Stream wieder was geklaut. Aber der labert safe, keine Ahnung. Ohne Sinn. Ohne Sinn, Digga. Ja, nice. Ja, du warst, okay, du warst aber nicht so gut wie der andere, muss ich sagen. 3, 2, 1, go. Ja, okay. Ja, Hammer. Ja. Deine Mutter war am Rasen. Ja. Sie hat mir eingeblasen. Hey. Ich habe nicht zugehört, okay, sondern sie beim Wichsen gestört, okay, okay. Ja, du bist ein Wichs, ja, und du bist ein Fischgesicht, ja, mit ihrer Wichs. Oh, ich pulle den Trigger. Wow, denn Hamid ist ein, nein, okay. Boah, Bruder. Okay, ja, 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 das war okay. Aber war gut, war gut. Geht so, 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 geht so. Ich habe ein bisschen Angst bekommen, Bruder, ich habe ein bisschen Angst bekommen, zeig euch ehrlich. Ich habe ein bisschen Angst bekommen, okay. Nächster. Hallo? Hallo? Sag, wenn du ready bist, Bruder. Warte. Yeah. Jetzt, äh. 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 Hallo? Bist du ready? Wart vor ich anfange, check mein Spotify, NewNas. Okay, NewNas, okay. Ja. Ey. Ey. No Fies oder Notches, ey. Bro Fies bin der Hottest, ey. Ja, Ronaldo besser als Messi. Oh, sorry. Oh, mein Gott. Ich meine Pessi, der Akelewi. Ja, bin im Maghrebi. Ey. Ey, ja. Du siehst ein Fragezeichen, hm? Denkst du was? Aber das wird damit sein Markenzeichen. Ey. 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 H mit Loko. H mit Schoko. Hau dir auf dein Popo. Ey. MMM. Riesel, NewNas, Spotify. Ba. Ba. Bro, er hat sein Spotify öfter verlinkt, als alles andere Dinge händen und sein Spotify gesagt. Ey, ja, das ist mal so Arsch. Ja? Hallo? Es geht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wie alt bist du? 13. Ja. Okay, let's go. Bist du ready? Bist du ein Ding? Ja, ja. Ja, ich bin da. Ich geh raus und seh Hamid. Ich sage, du bist so krass. Und seh, keine Ahnung. Ja, ich hab's vergessen. Oh mein Gott, bitte, was war denn das? Bitte. Oh mein Gott. Schmeiß ihn mal raus aus ganzen Discord. Hä? Wer hat ihn weitergelassen? Wer hat ihn bei Move2Hamid reingelassen? Der war so Arsch, bruder. Hat er für zweit. Seine zweite Line war original, keine Ahnung. Hallo? Daniel, ja? Ja, okay. Ähm. Bauda, warum hast du ein Lachmajun als Profilbild? Ah, ich hab Hunger. Okay, I guess. Dann, yalla, gib ihm. Lachmajun Freestyle. Mh. 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 Gib die nächste Mische nach der anderen. Deine Bitch. Ja, sie weiß, was ich will. Du bist schwarz. Ein Bonn-Bull-Pflücker. Hallo? Weit von B! Ich mit dich. Und noch deine Mutter. Schön. Ich hör den Beat nicht. Wie du hörst den Beat nicht? Du musst doch drin sein im Stream, im Disco. Ja, ich bin doch drin. Wie kannst du dich hören? Wollen wir machen wieder an? Jetzt, ja. Ich krieg Messi. Ronaldo ist besser. Ich geb dir ein Tisch mit einem Messer. Du bist ein. Lantlo, Sako, D. Du hast einen. Kleinen und Schwanz. Ja. Mh. Mh. Ich sacke deine Hose. Mh. Sie ist low. Weißt du warum? Warum? Sie ist segment dick. Dann daneben sacke ich deine Mom. Sacke deine Schwester. Link deine hoe. Mh. Sie kommt in mir. Er kommt. Sie kommt in mir. Weißt du warum? Warum? Sie ist eine Ladyboy. Ich komm in den Knast. Heb die Seife auf. Er kommt hinter mir. Kommt in mir. Es tut so weh. Aua, aua. Ich bin ein fetter Bauer. Yo. Was? Was war das? Tut mir leid. Tut mir leid. Ich bin zu krass aufgeregt. Wow. Aber ich lieb dich, ne? Küss dein Herz. Mach weiter so. Ja, ein bisschen zu viel, Bruder. Er kommt hinter mir. Er kommt in mir, Digga. Was ist das? Es tut mir leid. Was war das? Junge, die hatten wir doch. Hallo, hatten wir dich nicht schon? Hallo? Hatten wir dich nicht schon? Nein, ich bin jetzt das erste Mal. Warum hast du ein Fußheitsprofilbild? Äh, ja. Das ist nicht mein Account. Ja, okay. Bist du bereit? Ja. Okay, let's go. Freestyle. Santiago, gib mir. Okay. Ich kriege was von Watto. Danach gehe ich shoppen bei Gucci. Und, äh, ich gehe zu Saturn und kaufe mir einen Wurm. Danach trinke ich Wasser, aber still ist. Denn ich mache dich still. Ähm, ich weiß nicht mehr weiter, aber trotzdem mache ich weiter. Weil, wie du, ich, äh, ich habe gerade einen Fußball hier. Mhm. Fußball. Aber Fußball ist besser als Basketball. Okay. Du hast gestern, heute ein Gamemaster-Video hochgeladen. Ja. Ich habe es mir angeguckt und meine Familie gezeigt und sie haben es geliked. Boah! Ja, war krass. Ja. Ja, ähm. Ich habe eine Fanta neben mir. Aber ich trinke sie nicht, denn ich trinke lieber Wasser, denn das ist gesünder. Stimmt. Äh. Ich glaube, ich sollte aufhören, denn so langsam wird es klingt. Boah! Boah! Mach weiter, hau. Boah! Die letzte Line war hart. Ehrlich? Ja, die letzte Line war crazy. Ja, dankeschön. Kein Ding, kein Ding. Du bist weiter, ne? Ja. Ja, ja. Gleich, äh, Ding. Äh, wärme dich auf für nächste Runde. Okay, okay. Das ist ja dumm, Digga. Er ist raus, hä? Hallo? Hallo? Du bist gemutet. Ah, jetzt. Was geht ab? Was geht ab? Mal ohne. Bro, ich bin ready. Okay, geht ihm. Geht ihm. Mach mal ein bisschen beat lauter, Bruder. Ja, okay. Nee, ah. Mach mal ein bisschen raus. Ich hab so Bock. Bitte dreh dich um. Ich fick sie hart. Sie fällt dann trocken um. Mach dem Männchen. Ich bin so krass am Start. Ich fick sie laut. Und rauch dabei dann Gras. Ich bin Hype. Ey, boah. Boah, Bruder. Kann es sein, dass du Druck hast? Ja, Bruder, ein bisschen. Boah, aber merkt das. Bitte. Ey. Aber Ding, das war nicht Sass. Ach, so soll es Sass sein, Bruder. Ja. Okay, mach noch mal. Okay, beat noch mal. Running Back Turbo. Jetzt Sass. Okay. Okay, go. Ich steh auf Männer und ich guck weiter, Bro. Ich scheiß auf Faust, denn ich hab Bock zu zacken. Ich steh nicht auf diese kleinen Sachen. Ich hab den großen Bock, dann zu zacken. Ich steh auf Füße. Ja, ja. Ich steh auf Füße. Ich steh auf Füße. Dranz und Nucken. Ja, auf Füße. Danach den Arsch. Ich bin zu rasieren, Bra. Doch ich mach alles, Baby. Komm und her. Ich fick dich nach. Ich steh auf Männer. Mein Name, 50 Grey. Ich steh auf Männer, mein Bruder. Ja, ja. Ich bin so gay. Doch ist okay. Ein bisschen B, schadet nie. Doch wenn ich vorbeikomm, dann gucken Sie. Ey, wow. Okay. Boah, der Watt. Das Ende hat dich gerettet, Bruder. Du bist in der zweiten Runde. Ey, wow. Okay, gut. Okay, bis gleich. Nicht. Okay, wir haben noch zwei Kandidaten. Letzten zwei Kandidaten. Koba, die letzte Kandidaten. Dadach nicht mehr. Also die, die hier noch drin sind, wenn die gut sind, dann nicht mehr. Wir machen hier einen Check-Up gerade. Ja, du brauchst keine Menü abchecken müssen. Ach so, dann nur noch Weltallgobus, wenn er gut ist. Sonst kein mehr. Ich weiß nicht, ob er gut ist. Ich bezweifle es. Ja, okay. Ich muss einfach... So, bitte jetzt The Rizzler. Ah, hallo? Ja. Ja, ja. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, gib B. Ich bin live-streaming, egal. Ich bin bereit. Ich muss noch ein Glück-Stream übertragen. Okay, geh rein. Ich geh rein. Okay, noch mal. Yeah. Yeah. Wir sind undercover. Wie willst du mich finden? Wenn doch, dann gehst du mir von hinten. Gün hat verkackt. Er hat reingeschissen. Warum? Ja. Äh, 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 grün hat verkackt. Er hat reingeschissen. Ja? Hamed, wenn du willst, kannst du gerne in meinen Mund reinpissen. Hm. Ich will nicht. Doch, damals nicht verloren mit Ottiken. Heute frage ich dich, Hamed, willst du mich in den Arsch ficken? Ich will nicht, bitte! Schau dich, Noki, du liegst auf Boden. Okay. Hamed, leck deinen Boden. Oh mein Gott. Nächsten fertig. Nein, Bruder, nein, ich will nicht, bitte, ich will nicht. Mach dieses Hass aber nicht mit mir, oh mein Gott. Und du musst. Nein. Habts auch in dieser Runde, scheiße. Aha. Fuck. Aber ernst das, okay. Oh mein, was ist das bitte für ein Profilbild? Wie 2-4, Besiktas, was soll das? Was soll das, hallo? Junge. Was ist das für ein Profilbild, Digga? Wir sind einfach besser. Na, Junge, was laberst du? Ey, ganz kurz, ich muss auch sagen, diese Discord-Dings kommt mit Delay und so, ne? Also, äh. Ja, ich weiß, wir können auch selber übertragen, aber ich mach das für die, die nicht selber können. Ja, okay, mach du einfach. Und, äh, Ding, kann man noch weiterkommen und so? Ja. Ja, Digga, letztes Mal war ich Zweiter, diesmal werde ich Erster, Mann. Okay. Bist du ready? Äh, ja. Warte. Äh, ja. Komm. Ey. Ey. Ich bin talentiert, du kennst ihn. So wie Lionel Messi. Ich mach Millionen und bremst nicht. Vatus Locust, Digi, jetzt wird's, ist dreckig. Ja, ich hab ein Ballermann. Okay. Und ja, ich kann noch ballern, Mann. Aber baller nur, Digi, wenn ich ballern kann. Ey, es muss sass sein. Was? Es muss sass sein. Äh, ach so. Äh, okay, okay. Ja. Ey. Ey. Wir sind grad live auf Twitch. Mhm. Ich ficke Phoebe, die Bitch. Mhm. Werte Präsident, so wie Obama. Ficke deine Mama. Dribbel euch durch, so wie Maradona. Mhm. Hamed, du kannst mir einblasen. Mhm. Ich bin jetzt wieder mal am Rasen. Mhm. Mhm. Seid leise, ihr Spasten. Mhm. Messi ist mir am passen. Mhm. Ja, ich mach ihn jetzt rein. Mhm. Nicht nur meine Schwanz, ich zieh noch ne Lein. Mhm. Ich baller mit Blei. Mhm. Weil, fick deine Mutter rein. Mhm. Okay, okay, okay. Ja, du musst weiter, du musst weiter. Ja. Ganz schön, war klar. Nichts mehr über Phoebe, aber wir respektieren Rohat. Bitte. Äh. Chill. Rohat kam hier. Ja, ja, okay. Ey, yo, 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 yo. Willst du noch weiterkommen? Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. So. Okay, das war's, das war's, das war's. Welthalbos ist gut gewesen. Welthalbos, du hast jetzt deine Chance. Assalamualaikum. Oh mein Gott. Wie komm. Ah, okay. Bist du ready? Junge, äh, warte, ich muss gut bleiben. Aber ich bin richtig... Wer ist das? Wer ist das? Was? Was hast du gegessen? Was hast du gegessen? Bro, ich hab vergessen dieses Wort. Aufgeregt. Achso. Ja, okay. Ist nicht schlimm. Bro, egal. Ich verdiene 20 Euro. Ja, okay. Komm. Hm. Hm. Zwei und drei. Hamlet. Hm. Jo. Soll zart sein, ja, ne? Hm. Ja. Okay, Bro, ich hab keine Ahnung. Hm. 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 Hamlet zu geil. Äh, jo. Hm. Hm. Hamlet hat... Einen geilen Bart, jo. Hm. Ich steh auf Männer. Hm. Oh, jetzt ist es immer zu früh. Jo. Hamlet hat so einen geilen Arsch. Denn ich hasse Haus. Ich liebe nur Männer Schwanz. Hm. Am liebsten. Von den Weißen. Hm. Denn ich kann da schön reinbeißen. Nein, Bruder. Er darf nicht mal ausreden oder so. Es gibt kein Auto bei dem. Der war so Arsch. Okay, jetzt Finale. 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 Wir nehmen immer zwei... Ja, das passt. Zwei Reihen, einer fliegt raus. Die machen immer gegeneinander. Let's go. The Rizzler gegen Y. Hallo? Hallo? Der Rizzler, du musst dich ausdeffen. Der Rizzler ist gedefft. Der Rizzler. Oh, er hört mich an dich. Stimmt. Egal, ich spring jetzt noch eine Runde weiter, ne? Nein, nein, nein. Ach, Dekka. Du musst gegen den hier. Jitte Jiff. Entmute dich. Entmute dich, sonst bist du raus. Du hast 20 Sekunden. 20, 19, 18, schnelle Sekunden. 17, 16, 15, 14, 13. Hallo? Okay. Okay. Ich mach den Beat jetzt an. Y fängt an und dann Jiff zieht nach. Und ich sag euch wann, okay? Okay, aber können wir... Ich hab eine Frage, ich hab eine Frage. Sass, sass, sass. Oh, einfach nur sass oder muss man jemanden... Nein, sass, sass, sass. Einfach nur sass. So easy, easy. Okay, okay. Let's go, let's go, let's go. 3, 2, 1, go. J fängt an. Y fängt an. Ich hör den Beat aber nicht. Du musst in den Stream reingehen. Stream ist, hä? Das klingt nicht. So. Okay, okay. Okay, okay. Okay, let's go. Hmm. Fuck. Ah. Hey. Hmm. Ich rappe jetzt diese Bars. Fick mich bitte in den Arsch. Ja, du machst es so krass. Ja, ich baller mich hart. Du musst mich wieder hinholen. Okay. Okay. Ich steck in meinen Arsch einen Dildo. Oh mein Gott. Ah. Dein Sipp ist so groß. So wie 30 cm schwarzen Manuelsen. Was? Bitte kannst du mich essen. Zum Nachtisch dann auffressen. Hmm. Dein Schwanz hat mich so gerettet. Hmm. Ich zieh an deiner Kette. Hmm. Okay. Ja. An der Kette. Hmm. Okay, jetzt J, jetzt J, gib ihm. Hmm. Hmm. Also, ich spüre es mit Humve. Es will mich werfen. Ey. Ich bin glücklich ein Sperma. Ich gehn. Ja. Ich will ne Schwanze. Das ist kein Höroli. Man hört dich nicht richtig. Huh? Hmm, man hört dich nicht richtig. Man hört dich nicht richtig. arises Dr. Hmm. Hallo? Jetzt, jetzt, jetzt. Weiter. Let's go. Wo konno da? Mal mal weiter. Okay. Hey. Hmm. ich will ein schwanz und die 20 euro auch renn vor kopf weil kinder in meinem bauch ich bin hype und die soße in diesem weiß ja babies sind auch nice so viele weiße plecken bin wieder am schwänze lecken 1 oder 2 1 oder 2 1 oder 2 mikrofon war im arsch drin 1 oder 2 war toaster war toaster 1 oder 2 gemischt gemischt abstimmung justin mach kurze abstimmung kurze abstimmung schul dankeschön für den zappen im ersten danke 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 schul wer wer abstimmt 1 oder 2 1 oder 2 der erste oder der zweite der erste oder der zweite es ist ehrlich sehr sehr knapp okay krass okay 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 ich glaube man kann ich sehen den fans so sieht man jetzt 90 zu 83 zu 87 ist 50 zu 50 prozent einfach alle die für mich wählen kriegen fußbilder 1 1 die für mich wenn ein privatkonzert er in ägypten mit ich bin ganz knapp digger aber ja gar stark ja ich werde lieber travis konzert gegangen aber ok 1 sorry ja ja ich heiß colins colins sorry bruder du hast gut aber alles gut ja da ist gut okay 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 ich muss gegen güne die ok jetzt nicht das betteln ok mal ohne du fängst an und dann auch güne ich muss gegen güne okay ich muss gegen güne okay bist du drin er packt schon es wird hart er weiß ganz genau er hat es ist gut aber egal mal ohne bist du drin ja ich bin drin bruder wer fängt an du ok darf ich vorstellen ich bin massimo genezüben arsch her gib dein po ich hab so bock der macht mich richtig froh mein name ich bin geil ich bin richtig groß wie mein schwanz ich pack dich an den hals ich mach dich geil ich knall dich gegen wand ich hab so bock ich mach dich easy krass ich spiel dir an der pussy denn du bist so nass ich hab bock baby komm vorbei güne küsst mein hals und ich bin richtig geil ich bin so geil ok güne jetzt güne ey 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 malono ich hab einen fetisch hm hä deine füße ja die leck ich eh und ich schlage jede frau mit faust hm und männer fick ich ohne haut hm 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 oh hm 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 Ich geh Porn und trans-Porn-Bocken-Güß. Ey, ich ficke auch Tiere. Aber bin egal. Ah, fuck. Warte? Ich lutsche gerne Schwarz! Schwarz! Ahmet, loko, schlucko, Apple, Popo, ey! Ja, Güney, du bist auch noch... Oh mein Gott, Digga, das ist respektlos, Bruder. Ja, Flap aus. Digga, Güney ist, wir weiter. Okay, das letzte Duell. Wenn der Rizla sich nicht in 20 Minuten entdeppt, dann ist er raus. Weil er immer entdeppt ist. Let's do it, let's do it. Ah, der Rizla ist da, okay, gut. Let's do it, seid ihr ready? Ja, ja. Okay, was mit P? P, du hast 20 Sekunden. 20, 19, 18, 17? Ja, ja, easy. Okay, okay, nice, geil. Okay, ich spiele ab, genau wie bei den anderen. Erst der Rizla und dann P. Okay, okay. Okay, es geht... Seid ihr dritte, Beide? Ja. Nice, es geht los. Okay. Seh ein Mädchen. Frage sie. Willst du meinen Blasen? So wie bei Abdi. Ich bin der Bopper. Ja, in FIFA. Wenn du gewinnst, dann steck ihn tiefer. Ja, ich bin fertig. Oh mein Gott, der OP jetzt? Ah, okay. Ja, ich heiß Phil S4J. Ja, ich hab nen fetten Cock. Ah. Ja, ey. Hundefreestyle 3-0-1. Ja. Ja, Hamed hat ein drittes Bein. Ja. Ey. Ey. Messi ist besser als Ronaldo. Ey. Ja, ihr alle seid mein Bro. Ey. Ey. Wenn er weiße Fußmägel hat. Ey. Bin ich direkt am Start. Ey. Ey. Ich steck deinem Vater einen Airpod in den Arsch. Danach rausst er ein bisschen Gras. Was? Bin ein guter Reimer. Okay. Danach lutscht sie an mein Kugelschreiber. Hey. Hamed spielt GTA RP. Okay. Danach lutschst du an meinem C. Ja. Ja, okay. Easy. Ah, geht. Du hast gewonnen. Bis weiter. Yeah, let's go. Bis weiter, bis weiter, bis weiter. Okay. Äh, okay. Die drei sind Finale. Ihr drei seid Finale, ihr drei seid Finale, ihr drei seid Finale. Ready? Ja, danke. Okay. Sag, wenn ihr ready seid. Es fängt an Y, dann Pi und dann Güney. Okay, okay. Wieder ich. Ja. Ja, okay. Sag, wenn du ready bist. Äh, okay, ich bin ready. Ich bin ready geboren. Okay, nice, nice, nice. Oder add von dem... Ach, ja. Let's go. Hm. 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 Ich schließ mich in den Kerker. Hm. Hamed, gib mir dein Sperma. Hm. Hm. Head auf Snap für Fußbilde. Hm. Du bist nur ein Arschkriecher. Hm. Ja, ich gucke grade Cars. Ganzer Chat fickt mich in den Arsch. Hm. HALSCH! Ich werde untersucht am Zoll Sie ficken mich in den Arsch nach dem Kontroll Amit, bitte gib's mir doll Mein Arsch mit dein Sperma, bitte ganz voll Neuer Film, ihr könnt dreimal raten 365 Tage Aber am Abend Amit, Günneck, Fett, einen Blasen Wie geht's jetzt, der Ding biegt? Mh, ich schmiere den Bro als Käse auf die Nüsse Danach gibt er mir Arschlochküsse Ey, ey Ich spiele auf der Switch Mh, ja, ich date keine Bitch Mh, Watto ist so cool Mh, wer kein Shirt hat, ist schwul Mh, mh, ja, ich dribbel Und ich lutsch an Nippeln Ey, ja, ey Ja, das war's Okay, 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 Günne, 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 Gib ihm Okay, okay, okay Ja Film meinte, ich kann ihn einen blasen Ja Gerne, ey Ich inhaliere Socken Danach werde ich deinen Vater poppen Ey Ich spiele deine Mutter Ey Lutsche an Schwänzen Ja, ich bin gay Ey Ahmet hat meinen Schwanz gelutscht Und danach auch noch seinen Handschlag gepusht Ey Ich halte mich fern von Kindern Doch ich ficke gerne Rinder Ja Hä, bitte, was war das? Oh Ich lutsche gerne Schwanz Nein, 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 nein Nein, warum kann ich ihn nicht rausschmeißen? Ah, das Problem mit Mords, Digga Okay, ich weiß, wer der Gewinner ist Der Gewinner ist Y War sehr stark, Y Sehr stark Du hast 20 Euro gewonnen Wer ich? Dankeschön Aber weißt du warum? Warum? Guck mal mein Profilbild Oh mein Gott Weil dann willst du ja nicht 20 Euro wieder wegnehmen Spaß, 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 Spaß Okay Dankeschön Und alle im Chat, falls ihr Fußbilder wollt, schreibt mich an Oh mein Gott Oh mein Gott, Digga Ich liebe Katzen Oh, was? Bruder, bitte Es war zu viel Es war ehrlich zu viel Und auch ein bisschen Ich bin Vielen Dank.